Von einem Zuschauer, der aufs Feld gerannt ist und sich jetzt auch noch den Ball schnappt, überrascht und die Ordner vergeblich versuchen sie diesen jungen Mann zu stellen, rutschen alle viel mehr aus, als dass sie ihn da zu fassen bekommen. Jetzt ist es passiert, im besten American Football Style haben sie ihn dazu freigebracht. Ist natürlich eigentlich gar nicht so lustig, weil man immer so eine leichte Beklemmung hat.